Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Lange und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astros unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Quest-Achievement. Und zwar schimpft sich das völlig außer Hand und Band und für dieses müssen wir mit der Hand des Schicksals eine World Quest abschließen. Und zwar außer Kontrolle und dieses innerhalb von 20 Sekunden ohne uns in der Gruppe zu befinden. Und wo ist diese World Quest bzw. wie funktioniert das genau? Wir haben hier oben die World Quest außer Kontrolle und dafür müssen wir 40 Untote killen. 20 Sekunden ist denke ich mal schon relativ tough. Wir haben hier aber so ein kleines Gefährt, so eine Hand, wo wir reingehen, die relativ gut Damage macht. Jetzt ist es schwierige diese World Quest zu machen in 20 Sekunden, denn da laufen sehr sehr viele andere Spieler rum und machen auch immer alle diese World Quest. Ich habe das jetzt mit zwei Charts probiert und jedes Mal ging es mir nicht auf, weil irgendwelche andere mir die Mobs weggekillt haben. Jetzt bin ich relativ spät abends hier nochmal mit einem Twink dran. Und ich probiere jetzt mal was und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert bzw. ob ich euch dahingehend ein bisschen helfen kann. Ich habe nämlich jetzt hier einmal Mass Entanglement mitgeskillt, also Massenumschlingung. Und ich möchte jetzt möglichst viele Mobs zusammenpullen, bevor ich in die Hand gehe. Die Hand hat ein paar Sekunden Castzeit, 2,9 Sekunden wie ihr seht. Also man muss schon ein wenig casten, kann aber, wenn man sie routet, denke ich, noch in diese Hand gehen und dann müsste erst der Timer starten, so wie ich denke. Jetzt haben hier gerade ein paar Spieler die Mobs gekillt. Jetzt warte ich mal ganz kurz, bis ich denke, dass genug da sind. Die Hand hat nämlich so einen E-Effekt. So, jetzt haben wir, denke ich mal, hier gerade nicht so viele Spieler. Wir warten jetzt nochmal einen ganz kleinen Moment, das muss ich bloß schauen. Da hinten haben wir einige, hier haben wir einige. Mal gucken, ob das funktioniert. Das kann natürlich auch sein, dass das komplett in die Hose geht und dass das gar nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir ziehen die von da hinten rüber. Und dann tue ich sie alle routen. Ich will eigentlich die Elite-Mobs nicht mitpullen, denn ihr seht, ich habe relativ scheiß Gear mit dem. Der ist 220, aber der hat quasi kein Gear. So, jetzt laufen wir mal hier rum und schauen, dass wir alle möglichen Mobs tracken. Ich hoffe, dass ich dabei nicht sterbe mit einem low-geierten Jar. Und dass ich die Mobs irgendwie ein bisschen zusammen... Oh nein, hier ist einer, der die Mobs normal runterhittet. Der verhaut mir jetzt meinen ganzen Plan. Oh shit, die haben richtig rein. Die haben richtig rein. So, jetzt gehe ich mal in die Hand. Okay, 20 habe ich schon mal. Okay, ich brauche jetzt noch... Noch acht Stück. Ah, nice, da ist das Achievement. Huh. Das war ganz schön knapp. Nice, ich habe es geschafft. Sogar in der Live-Aufnahme. Wunderbar. Ohne... Ihr habt gesehen, das ist auf jeden Fall möglich. Wenn ihr auch irgendeinen Spell habt, der die Mobs routet oder so ein Mars-CC. Ich denke mal, eine Frostnummer vom Mage. Diesen Frostkreis könnte was bringen. Ein Stuntotum, eine Schockwelle vom Warrior. Irgendwas, wo ihr viel zusammenziehen könnt und sie dann routen könnt. Habt ihr, denke ich, mal einen Vorteil. Man kann es sicher auch so schaffen, wenn keine anderen Spieler da sind und man relativ fix ist. Ich habe mein Achievement jetzt mit einem Twink eingeheimst. Bei diesen Quest-Achievements ist es immer ganz praktisch, wenn man ein paar mehr Chars hat. Einfach, weil man dann ein, zwei Mal tryen kann. Weil wenn die World Quest nur einmal der Woche oder alle zwei Wochen mal da ist und man nur einen Try hat, ist das teilweise ein bisschen blöd. Also da wird das, denke ich mal, sobald ihr ein paar Twinks oben habt, ein wenig leichter. Und ja, ich habe zum Glück mittlerweile 320er und dann habe ich drei Tries quasi auf diese World Quest. Gut, das war es mit dem Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne rein, was ihr für eine Taktik für den Erfolg habt. Wird mich interessieren, beziehungsweise die Community sicher auch, wie ihr es gemacht habt. Vielleicht mit einem Non-Drill-Class. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Euer Tela. Bis dann. Ciao. Ciao.